Das Yoga oder der Yoga? Sagt man eigentlich das Yoga oder der Yoga? Der Duden mindestens im Jahr 2017 sagt, beides ist richtig. Man könnte sagen, es heißt der Yoga, denn vom Sanskrit her ist es tatsächlich der Yoga. Und einer der bekanntesten Yoga-Werke in der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert, geschrieben von einem Indologen namens Hauer, hieß auch der Yoga. Also vom Sanskrit her der Yoga. Da Yoga aber ein Übungssystem ist und sich im Deutschen oft das Geschlecht der Fremdwörter nach der deutschen Übersetzung richtet, spricht man also auch von das Yoga. Vor ein paar Jahren noch wurde laut Duden Yoga als das Yoga bezeichnet. Obgleich es vom Sanskrit her der Yoga ist. Aber beides ist richtig. Du kannst das Yoga sagen und der Yoga. So ähnlich sagt man ja auch, wenn man von einem Drucker spricht, der Printer. Obgleich Printer im Englischen das wäre. Oder man spricht von der Screen. Obgleich es eigentlich das Screen wäre vom Englischen. Denn im Englischen sind das alles Neutrum, sächliche Dinge. Also im Deutschen werden oft die Fremdwörter mit dem Geschlecht verbunden, das die deutsche Übersetzung hätte. Und so spricht man eben auch von das Yoga, obgleich es vom Sanskrit der Yoga wäre. Und man spricht manchmal von die Vedanta, weil es die Vedanta-Philosophie ist. Obgleich auch hier nicht das Geschlecht weiblich wäre. Und man sagt auch die Asana, das heißt die Yoga-Stellung. Obgleich es eigentlich vom Sanskrit wäre der Asana. Gut, also der oder das Yoga, beides ist richtig. Und dann geht's. Und dann geht's. Vielen Dank.